Trauerfeier für Siegfried Lenz im Hamburger Michel. Der erste Bürgermeister der Hansestadt, Scholz, würdigte den Autor als zutiefst demokratischen Schriftsteller, der lehrreich erzählen konnte, ohne sich belehren zu geben. Auch Altbundeskanzler Schmidt und Literatur-Nobelpreisträger Grass nahmen Abschied von Hamburgs Ehrenbürger. Lenz, Autor bedeutender Romane wie Deutschstunde und Heimatmuseum, war Anfang des Monats im Alter von 88 Jahren gestorben.